Bei der Grillaktion werden wir euch Messer geben. Die Messer müsst ihr zuerst vorsichtig auspacken. Ihr müsst das Messer immer am Griff halten, da die Klinge sehr scharf ist. Geht immer ruhig mit dem Messer um, rennt auf keinen Fall damit in der Gegend herum oder fuchtelt mit dem Messer umher. Wenn ihr mit dem Messer schneidet, ist es wichtig, dass ihr mit der Hand, mit der ihr das Lebensmittel zum Schneiden festhaltet, eine Art Kralle formt. Wenn ihr mit der anderen Hand, in der ihr das Messer festhaltet, dann vorsichtig das Lebensmittel schneidet, könnt ihr euch nicht verletzen, da ihr schlimmstenfalls nur am Finger entlang schneiden könnt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.